Tradition und Innovation. Seit 1961 nutzen Industrie- und Gewerbekunden das technische Know-how der Oberwegner GmbH. Im Fokus der Spezialisten steht die Planung, Projektierung, Ausführung und Inbetriebnahme von Schalt- und Regelanlagen in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klima sowie für den Maschinenbau. Kundenindividuelle Planungen garantieren eine innovative Gebäudetechnik, die CO2-Emissionen senkt, Energiekosten reduziert sowie das Raumklima nachhaltig verbessert. Vom mehrstöckigen Bürogebäude wie im Plaza Center Ulm über industrielle Reinräume bis hin zu Freizeit- und Sportanlagen. Kunden profitieren von erstklassigen Lösungen, die mit hoher Expertise ausgeführt sind. Auf dieser Basis werden alle Steuerungs- und Regelsysteme in der eigenen Manufaktur produziert. Ein qualifiziertes Fachkräfteteam realisiert den Bau von kompletten Schaltschränken mit anspruchsvoller Technik bis hin zur Gravur von Bezeichnungsschildern nach kundenspezifischen Wünschen. Ausschließlich sicherheitsgeprüfte Schaltschränke verlassen das Unternehmen in Dietenheim. Einen weiteren Schwerpunkt des Unternehmens bilden die Projektierung, Programmierung und Fertigung von Halb- und Vollautomatischen Maschinensteuerungen für vielfältige Automatisierungsaufgaben. Ob als Sonderlösung für Produktionsanlagen oder in Serie, Maschinensteuerungen von Oberwegner kommen unter anderem im Sportplatzmaschinenbau zum internationalen professionellen Einsatz. Unter der Leitung von Markus Oberwegner und Florian Dobner nutzen Kunden individuelle Dienstleistungen, die durch Fernsupport, Wartungen sowie einen Online-Shop für Ersatzteile ergänzt werden. Oberwegner GmbH – Ihr kompetenter Partner, wenn es um anspruchsvolle Schalt- und Regelanlagen geht.